Und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Video auf meinem Kanal. Im heutigen Video widmen wir uns dem legendären Modus Hordenrush. Der Hordenrush Modus ist ein Bestandteil des sogenannten Fortnite Meers Update. Drei andere Leute und ich werden uns heute der Herausforderung stellen, in diesem Modus einen Rekord auszustellen. Unser Ziel ist es, über 650.000 Punkte in diesem Modus zu erreichen. Mal gucken, ob wir dieses Schild schaffen und mal gucken, ob wir es wirklich schaffen, auch zu gewinnen. Denn das Ziel ist ja, so viele Punkte wie möglich zu nehmen, um gleichzeitig noch den legendären Boss dort zu besiegen. Mal gucken, ob wir es gelingt und es schaffen. Und ich wünsche euch hiermit viel Spaß im Video. Falls es mal bei Eingegspringen komisch wird, wir haben das nach dem Stream aufgenommen. Also wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Video. Wir haben drei Phasen, gibt es insgesamt, ne? Drei Phasen. Und da müsst ihr immer entweder Perks einsammeln, sag ich jetzt mal. Das sind so Multiplikatoren, da kriegen wir immer Punkte. Oder Team Multiplikatoren und da müssen wir so eine Spawner zerstellen. Kennt ihr die noch aus Season 6 damals? Von diesen Orten? Von diesen Kevin-Gebieten vielleicht auch? Sagt euch das was? Absolut, Mensch. Ja gut, dann geht es zurück in die Fortnite-History. Na gut, eigentlich eigentlich nicht, aber egal. Ich bin schon Pumptiger, geil. Ich bin schon Pumptiger, geil. Warum kriege ich die ganze Zeit Einladung? Ich hasse es. Ich glaube, ich muss gleich ernsthaft Account wechseln. Wenn ich Account wechseln muss, Bruno, hör auf zu lachen. Ja. Ich move dich gleich in den Discord-Eigenen-Call rein mit Leon. Es gibt viele Waffen hier. Es gibt auch tatsächlich die mythischen Waffen aus der Season. Wie heißen die nochmal? Die sind ja keine Teile von Dr. Doom. Ja, mein Gehirn ist nicht kaputt, nein. Aber Leon soll ich dir sagen, was das Beste ist? Aber an Leistungskurs. Also ich weiß nicht, ob es bei dir genauso ist. Du musst ja im Endeffekt, musst du ja mindestens fünf Punkte im Leistungskurs haben, ne? Ja, ja, das ist auch so. Ne? So. Ich habe es geschafft, in Geschichte so viel zu haben, dass ich halt in Deutsch unterpumpen kann. Und auf immer noch sechs komme. Ich habe halt einfach einen scheiß Ausdruck in Deutsch, kann ich schreiben. Weil ihr schreibt zu wenig in Deutsch. Deutsch ist irgendwie ganz schlimm. Wie bekomme ich von diesen Team-Multiplikatoren da? Äh, die müssen wir einsammeln. Wir müssen nachher diese Spawner von denen zerstören, dann müssten die auftauchen. Die musst du einsammeln. Weil ich kann meine Waffen irgendwie nicht upgraden. Das kannst du erst, wenn du die auch geholt hast. Du musst auch die töten. Warte, was hat mehr Schuss? Das hat vier Schuss, das hat zwölf Schuss. Ich nehme die zwölf Schuss, natürlich. All ganz kurz, mystische Items, nehme ich gerne, ne? Also ich meine, so War Machine-Items. Ja, es gibt, da musst du diesen Boss töten. Da kommt so ein dicker Boss. Der ist so breit wie du. Na gut, na gut, du bist gar nicht so breit, aber ja. Ist okay. Stimmt. Arme ist ein breiter Ochse, Digga, das weißt du gar nicht. Leon. Stimmt. Vielleicht ist er breit, vielleicht aber auch nicht. Geil, weiß. Ich weiß, das kann ich breit, dass du hier seh'n immer. Ich spiel' mal so Snaps hier im Rimmer, gerade. Der ist ein Monolithen, der 70er-Unterarm. So, jetzt seht ihr auf der Karte hin, so ein Lieder-Teil, das ist der Spawner. Oh ja, da hat es in, ähm, Monolithen, oder so heißt es, wie ich weiß. Ja, Monolithen, warte, halte ich mal da, halte ich mal da. Zerstört einer von euch den Tower, den Spawner-Own, gerade ist das laut. Kann jemand die Truhe aufmachen? Ami ist dabei, wie kein Zweiter. Macht ihr die kaputt? Ich... Ich mach hier direkt schon weiter. So, let's go, wir schaffen die 4K, easy. Jeder muss mindestens einmal 100K haben. Das heißt, ihr müsst Streaks aufbauen. Dafür brauchen wir halt diese Teile. Leon, da unten sind zwei Perks, kannst du die Einsamme gehen? Hey, ich brauch Munition. Hey, hier ist der Truhe los. Was ist? Und wie viele Ressourcen hast du von den Dingern? Was? Ressourcen davon, den Dingern, wie hast du davon? Ja, von der ist eigentlich, ne? Kannst du mir ein paar Flash-Auf? Kann ich hier jetzt hinten den Multiplikator bei euch einsammeln? Bei euch ist noch einer stark. So gut. Ich glaube, wir brauchen mehr, das ist zu wenig. Wie nicht more? Warte mal, was ist das? Bruno, das ist dein Modus. Das ist deine Welt. Ich hab das noch nie gespielt. Bro, das gibt es seit drei Jahren, den Modus. Der hätte ich noch nie gespielt. Bro, ich sporte auch einfach gar nichts mehr. Wir sind viel zu stark für die. Hast du einfach Schimpfstall-Munition, die ich nicht brauche? Ich brauche selber. Äh, ich brauche selber. Äh... Wir sind einfach viel zu schnell für die. Die spawnen einfach gar nicht mehr. Ich bin einfach too good. Ey, ich hab hier eine neue Truhe. Warum gibt es was Gutes? Bruno? Und Tim, kannst du mir ein paar von diesen Dingern geben da? Bitte? Was für Dinger? Die ganz oben sind bei Ressourcen. Ich weiß, wie die heißen. Diese Lina. Ja, hier. Ey, ich kann dir nur eins in dem Game. So, hier. Ich glaube, das wird genau drei zu wenig gegeben, ne? Meine geistig-mentale Einstellung kann das nicht mehr machen. Was? Bruno, kannst du meine Antworten bilden? Kannst du aufhören, irgendeine... Kannst du aufhören, deine... Deine... Soße... Hier oben zu schleudern? Was? Hast du das gerade nicht gesehen, was der hat? Ey. Das ist real. Also, komm. Bruno, komm mit. Komm mit. Was ist los? Was ist los? Okay. Hey, komm. Bruno, komm mit. Komm mit. Komm her. 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 Warum lachst du die ganze Zeit? Warum lachst du die ganze Zeit? Mein, meine. Bruno, hinter dir. Bruno, warum lachst du die ganze Zeit? Ich weiß gar nicht. Große Magetit nur. Bruno, würdest du sagen, du bist geistig-mental gestärkt? Oder hast du andere Persönlichkeiten? Vielen Dank. Nee. Die Zone wird immer kleiner. So, jetzt gehen wir weiter. Jetzt gehen wir in die zweite Phase. Oh, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Ey, wenn irgendwie Wommisch in der Item kommt, meins. Ah. Bruno, wie findest du das hier? Sehr gut. Das ist wie ein Rettbewerb. Du brauchst, dass die Waffen kein Damage machen. Also nicht so viel Damage machen. Ja. Und die kommen keine Snipers. Das ist auch gut. Eigentlich Snipers sind ja Rettbewerb oder so. Das ist komisch. Ja, bitte. Aua. Kann mir wer hier geben? Dankeschön. Danke. ok ich hab da keine Muni drin ja doch mach ein Granate, ey gib mal bitte Granate für Bruder, Bruder sorry, sorry ich geh den Muni zu raus, deswegen ah, Hilfe ey, töte den Golden ey, ich hab Iron Man du bist tot nein, Leon, mein Streak ist abgebrochen ha ich brauch Hilfe, Hilfe ich bin komplett darunter gefallen, Hilfe Leon, Hilfe ohne Hilfe mein Schild rettet euch ey, das Schild ist echt wie einfach strong, guckt sich das Schild an Alter Bro, das Schild ist so... wer braucht Munition, ich hab ein Schild Bruder, warum lachst du die ganze Zeit ey, ich hab nicht was, die ganze Zeit du kleiner Trailer, du oh, ich hab ne Heegarn hier liegt ne Heegarn ey, ich hab 43.000, guck mal wir haben jetzt schon 84.000, jetzt müssen wir alle Lisa, 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 hast du die MP-Money? so ist das jetzt ein Multiplikator ich hab MP-Money, komm her ihr könnt alle meine Munition haben was hast du denn, du hast Iron Man-Dinger, ne? ja, ich hab jetzt hier ein Schild und Iron Man-Dinger hier sind nochmal die, hier sind nochmal die Perk-Teile so also ganz kurz, wer kriegt War-Machine-Altern? was? oh ich hab keine Munition mehr, aber wer hier braucht, guck mal was ich hab Leon, guck mal her yo Bruno, wie findest du mal eine neue Waffe? schon, schon ein starkes Ding, ne? was? schon ein dickes Ding, ne? so, ich kann direkt hier alles kaputt machen ich hab noch so ein komisches Teil mit Tomatensaft Ketchup yo, wer ist nüsstiger? ey, könnt ihr die wegmachen? aber aber was hat die gedroppt? äh, einfach nur Rente machen gönnt euch ich brauche ich dir ein bisschen Hilfe? oh mein Gott ey, bei mir sind zwei goldene Hilfe kann mir irgendwer helfen? ich hab zwei goldene am Arsch ey, ich geb alles ja, bei mir sind zwei goldene am Arsch ne, komm mal mit yo, Brummel Käppensäge, Digga oh, oh, oh oh mein Gott oh mein Gott was ist das? bei mir ist grad irgendwas explodiert im Hintergrund ey, ich brauche ein Zombie, nein meine Streak Pferd von mir den Zombie abgeschossen ihr habt mein Streak beendet Leon, wer war das von euch? Schere, der fieb ich mal ey, wo bist du? genau vor dir ok, Leute jetzt kommt holt mal die Perkschner rein wir brauchen den Perk dahin, kann dir einer holen? ich geh die Türme schnell hier oben holen ich sag euch echt, die Schild ist einfach Meter geworden ich schwam die ganze Zeit einfach nur rauf es geht um oh Gott, ich komm oh Gott, ich komm oh Gott, was geht hier oben ab? das tut mir leid, ich kann den Türme nicht zerstören oh mein Gott in der Landsona ey Bruno, ich hab 118 K Punkte tschüss, was machst du? wie so schnell ey, ich brauche die ganze Zeit aufbauen ey Bruno, brauchst du hier? ne, das ist leeren, leeren ey, hier ist noch was, hier nimmt das man mit, hier War Machine Item, hier guck mal hier das ist dieses Teil und nimmt immer eine Waffe mit, mit der 4 Munition habt, eine zum Sprayn Stark ey, hier ist noch ey, hier ist noch, äh wie nennt man das? ein Jetpack, wer haben will ein Jetpack so, jetzt holen wir uns die Kills, ne seid ihr ready, 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 komm jetzt ist jetzt die letzte Phase, die letzte Phase tipp, wir müssen aber gleich die Türme zerstören und zwei von uns müssen gleich die übernehmen also den Boss und die anderen beiden zerstören ey, ich sag, ey, das Schild ist Meta guck mal, ihr müsst gar nichts machen, ich mach das Ding Bruno lacht schon wieder jetzt, der komisch der Zielerfassung geht gar nicht an, ne? nein, weil ich gehe ja schon immer davor tot sind bei mir funktioniert es eigentlich, dass ihr ja, ich kann grad nicht der darf nicht vor euch explodieren, der kann euch töten ja, ein bisschen habisch hier Bruno, ah, ich kann ihn nicht geben ja, ein bisschen habisch hier Bruno, ah, ich kann ihn nicht geben ich bin versuchten ich bin ja gar nicht tot Bruno ist einfach schon tot nein, ich brauch schnell kill ey, lass lieber kurz auf, danke, danke, danke ich habe irgendeine Pimuli, ich hab keine Turmidi mehr er hat irgendeine Pimuli, ich hab keine Turmidi mehr ich kann dir nichts geben ich bin grad ein bisschen belagert ich kann nur ein bisschen hier helfen 보충 äh ey, meine Streak ist einfach abgebrochen egal kommt ja hier liegt und raketen weg geht man ja auch leon stark ist gerade aus dem ausgebaut hat sehr gut gemacht dieser gar auch gut aber nein ich kann euch gleich geben will ich noch was ab das ist doch vielleicht alles kommen wir beim boss leute sie haben 400 punkte stark kommt er kommt her ich habe mir noch munition hier ist noch munition nein das meint das schild euch selber hier ist noch mal hier ist noch munition für dich noch mal 24 raketen also ist ganz kurz ganz kurz wer von euch konzentriert sich auf dem boss wir brauchen die die gute spam waffen haben meine machen nicht so viel damage bei ihm weil ich nur er gesagt mehr der mensch auf zombies macht wer macht von euch einer von euch ihr müsst dann einfach nur drauf ballern ich versuche die türme zu zerstören zu schreiben wirklich ja die drogen gleich wieder ich habe ja nichts mehr sonst liegt hier und auch munition ich versuche dann aber jetzt auch zu hier okay wir sind gut dabei geworden jetzt mindestens noch knapp 100 kann das können wir schaffen wir müssen ja die nicht direkt tun aber so viel damit schon möglich machen weil wenn er zu klein ist dann wird er uns die ganze weg warum er hat eine spezialattacke wir schaffen das killein seid ihr ready wir können das first try schaffen wir machen den boss der week machen die weg geht allerdings mädels und leon kommt jetzt ja nicht ganz ich gehe schnell den turm hinter euch holen hey macht gut damit alles gut oh mein gott da unten kommen ja richtig viele okay ich krieg die turm nicht so gut weg wie gedacht schafft ihr das macht doch gut ihr macht das doch gut ihr habt den fast weg schon schafft das ich versuche ein bisschen ich kann leider die tower comeback machen ich habe gemerkt ich mache am tor gar nicht so viel damit also wir müssen uns was auch noch tower weg machen schafft ihr auch die taue noch weg auch ohne will es schafft kommt sonst zu mir ich kann die hier geben notfalls wo er meine hier gern ohne hinter dir ohne wird mein higa ich versuche sie ein bisschen zu decken hey wir schauen wir kommen jetzt hast du mal kurz ein bisschen beruhe dann lass uns kurz die punkte so einsammeln oder wollen wir ihn einfach kurz verlassen wenn er ganz neu ist ihr könnt noch ein bisschen anhören aber nicht zu viel nein leon meine streaks wir können noch ein bisschen planen wenn ihr wollt wir können auch die 100 500k voll machen wenn ihr bocht habt also ich weiß nicht wie lange er jetzt noch braucht okay wir lassen dort okay das war ein bisschen der wird aber nicht zu viel ja stark okay also entweder haben wir es jetzt geschafft einen rekord aufzustellen weil er nicht die zweite persönliche rekord zu 338.000 insgesamt haben wir wie viel wir haben insgesamt 800.000 also ich weiß nicht ob das als rekord geht aber bei mir stand rekord 620.000 also wollen wir das jetzt geht das oder noch eine runde machen also ich finde das war schon eine crazy runde okay denn alles gut aber wir haben es geschafft wir haben es geschafft